Wer ist hier? Ich will das hier sein. GG Mitte ist safe, alles safe. Geh dich vergraben bitte. Deinstallieren Minecraft und leave. Oh. Wieso retweetet Malta einen Tweet vom 25. Januar 2014? Deine Ernst? Wir haben eh schon verloren. Gönnt ihr unseren Teammate, Alter. Das ist... 3, 2, 1 und... 3, 2, 1 und... Hallo, ich bin YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Badwatch. Heute wieder mit dem Paddy bei einer ganz besonderen Challenge. Wunderschön, guten Abend. Ja, wie ihr seht, wir haben beide schon echt, echt schicke Skins. Und auch das Take Your Back wunderschön. Und ja, der Paddy erklärt euch einfach mal, was das für eine Challenge ist und was wir hier machen müssen. Achso. Also... Ey, gön, gön! Ja, wollte ich auch grad sagen. Janich 1235. Falls ihr ihn kennt, könnt ihr von mir mal grüßen. Könnt seiner Familie Bescheid geben. Ich bin ein ganz cooler Bursche, sag ich mal. Grüße gehen an dich raus. Naja, also davor sei gesagt. Wir haben nichts gegen gleich mit. Wir wollen ja auch nicht angreifen hiermit. Es war einfach, wir wollen einfach sein Spielziel kopieren, die jetzt nicht unbedingt so gesonnen sei. Ja. Auf jeden Fall versuchen wir einfach mal sein Spielziel zu kopieren. Das heißt... Copwebs. Das heißt... 13er Mitte Campen. Das heißt Eisenschwert. Das heißt Reitungsplattform. Das war jetzt ungefähr so kurz gefasst. Das versuchen wir heute mal einfach umzusetzen. Ja. Und ich würd sagen, wir sparen erstmal auf den 13er und nehmen Copwebs mit und stellen uns dann safe, wenn die Gegner kommen. Genau. Noch dazu wurde gesagt, wir haben uns nie... also soll gesagt sein, dass wir uns die Challenge so nicht ausgedacht haben, sondern sie uns gestellt wurde. Also jetzt auch kein Vorwurf gegenüber uns, weil wir so eine Challenge gemacht haben. Ey, da kommt jemand. Ja, ja. Alles. Mitte safe. Ich muss die Base safe. Ja, weil wenn die Mitte safe ist, ist es nicht immer die Base safe. Das ist schließlich die Dinge. Haben wir gerade festgestellt, aber trotzdem haben wir die Runde gerissen, Alter. Ja, und wir befinden hier uns gerade auf dem Web Empire. Im Empire State Building bei schönen 30 Grad. Sommerwetter. Im Schatten. Oh, ne. Blau macht auch schon die Mitte, Alter. Warte, wie heißt der? Jannik, ne? Das ist der liebe Jannik. Jannik 1, 2, 3. Ah, ne. Jannik. Ja. Hab ich mich verguckt. Okay, ich hab schon mal 4 Gold. Ich weiß nicht, soll ich... äh... Die Mitte ist... Oh, oh, oh. Jetzt wird's riskant. Hier ist einer. Machst du auch... Ne, warte. Spielst du auch... Ja. Ich glaub, das ist ne ganz einfache Lösung, Koti. Ich glaub, die verarscht es einfach nur. Das ist bestimmt einfach nur gleich Mitte genickt. Und der lacht sich gerade einen ab. Deswegen auch die Pack-Frage. Die wollte einfach mal wissen, ob wir ein Pack haben oder nicht. Oder ob wir ihn mögen oder nicht. Ich hab schon mal 4 Gold gesaved. Ja, ganz knapp. Die einen haben schon einen Bogen. Oh, ich hab erstmal Stein-Ente und Perno 3700 weggekommen. Und die kommen bestimmt nicht nur auf ihr Leben klar. Aber das kann ich verstehen, wenn so ein Mitte-Skin ankommt und den einfach nur drückt. Alter, ich sag dir, wenn dich irgendeiner hier erkennt, ne. Haha. Der denkt sich auch nur so, Alter. Triforce. Und... Oh Gott. Äh. Äh. Wir sind... Wir heißen eigentlich Mitte-Force. Das weiß nur keiner. Aber das verrätst du auch bitte keinem weiter, ja. Eigentlich ist unser Int-Guy mein Name Mitte-Force. Aber das soll halt keiner wissen, weißt du. Ach so. Sorry, mate. Ich hab's dir einfach mal verraten, weil du schon so sehnsüchtig drauf gewartet hast, den richtigen Namen zu erfahren. Hab ich dir ja immer mal gesagt, aber das muss natürlich unter uns bleiben, ne. Ist er nicht so. Oh, die Sounds, sie sind so erotisch laut. Ah. Also, ich hab eine Rettungsplattform, denn ich will save spielen, ne. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mir aus 4 Gold wirklich eine Rettungsplattform machen soll, aber ich mach einfach mal Rettungsplattform mit Eisenpicker, ja. Da kommt mir schon sehr nah rüber. Jetzt kommt mir schon die kritischen Fragen in den Chat. Jetzt musst du... Das ist eine... Das ist keine Ja oder Nein-Frage. Du musst jetzt einfach mit gut oder schlecht antworten. Gotti, er hat dir eine Frage gestellt. Gut. Sehr gut. Ja, obwohl eigentlich ist es ja eine Ja-Nein-Frage. Also, gut, schlecht. Egal. Es ist Montag. Nicht schlimm, wenn wir verwirrt sind. Eben. Achso, ja, wir müssen ja mitte campen, stimmt. Ja, ich bin hier schon, bitte save. Alles save. Ey, bist du das? Oh, ja. Ja, ja, ja. Alles save, bruh. Du kriegst noch befreitlich, dich abschließt, aber das war ja nicht der Fall. Kennt man ja nicht anders von dir. Immer. Nur ein Knockback. Ich fahrt von hinten, der Backstep. Ich hab ne Rettungsplattform. Oh mein Gott. Gotti. 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 Warte, warte, warte. Gotti, schau mal. Ganz unter die Mitte, unter die Maps. I know, I know. Ich hab die Blöcke gedroppt. Sind die angekommen? Ja, ja. Aber es sind mehr als, äh, stack die Blöcke. Geh mit den Warp. Krieg mit den Warp. Ich hab acht. Ah, ich hab sogar eins. Ich hab meinen Bogen und mein Schwert weg gedroppt, weil ich dachte, ich sterbe. Ja, warte, ich hab einen Warp. Ja, warte, ich hab einen Warp. Du wappest runter, du. Du Bankflaume, du. Ich hab's, Digga, ich hab's. Gotti, herzlichen Dank. Kann ich mir für dir irgendwie alles bedanken? Oder passt es? Passt es schon? Ne, ne, einfach nur mit die Save alles saved. Geh einfach aus, dass es immer so sein wird, ja? Ich hab einfach, ich hab mich so erschrocken, dass ich mein Bogen und mein Schwert gedroppt hab, weil ich dachte, ich wär tot. Und dann im letzten Augenblick. Ja, ist ungewohnt so, so ein geiles Item im Inventar zu haben. Kann ich verstehen. Im letzten Augenblick der Not konnte ich mich dann doch noch retten mit purem Skill. Ja. Aus Natur. Ja. Natürlich. Gut, ich hab, ich hab jetzt schon mal zwei Rettungsplattformen. Ja, ich hab auch einen Unzug an Eisenschwert. Frisch gekallt. Ja, Eisenschwert hab ich auch. Nur Blöcke sind nicht mehr so ganz frisch am Start. Wir haben gefühlt noch nichts gerissen. Und trotzdem sind schon zwei Teams aus dem Spiel eliminiert worden. Ja, aber ich mein, die Aufnahme muss ja trotzdem gut aussehen, dass wir gewinnen. Sonst. Wir lassen einfach die anderen Team sich gegenseitig ausspielen. Das ist unsere Taktiker. Wir dürfen jetzt eigentlich keinem verraten. Das ist halt schon eine ziemlich gute Taktik. Und sie sollen jetzt nicht... Zu uns kommt Deiner. Ja. Du musst die kriegen, ne? Das ist dir aber schon bewusst, oder? Ja, der Janikreiz. Böse machen, ne? Aber wenn du den nicht kriegst, dann sind wir raus aus dem Game. Raus. Raus. Da kommt ein blauer. Ja. Der klappt mal. Das ist deine Chance seine KD zu verbessern. Hol dir die bessere KD. Oder ich staub sie dir ab. Nein. Ja, also das hat mir jetzt einfach den Kick gegeben, einen Bogen zu kaufen. Oh. First Shot. Oh. So close. Second. No. Er hat auch einen Cobweb und schwitzt jetzt da oben. Ja. Ich hab ne reine Plattformen. 40 Cobwebs. Hab ich mir bei der Base Cobweb bei der Bronze Lag. Aber ich will ja immer safe bleiben, ne? Oh Gott. Kotti, schau wo ich bin. Kotti, schau wo ich bin. Bei grün zum Weg. Warte. Oh mein Gott. Sieht geil aus. Ich hab nicht gesaved. Oh mein Gott. What a play. Oh mein Gott. Nein. Okay, ich hab den anderen, ich hab den anderen grünen, äh blauen down. Ich mein, mein Bow Aim hier hat das auch nicht lange gedauert. Ja, das liegt am Skin, das liegt am Namen, das liegt am Tactical Pack. Das liegt einfach daran, weil du einfach nur krass bist, Mann. Ja, also ich bin grad echt ein bisschen krasser als in anderen Aufnahmen. Zumindest fühl ich mich so. Wir müssen hier auf grün drauf gehen, weil die mich einfach getötet haben. Und damit kann ich nicht leben, ich muss eine Revanche verlangen. Und deswegen müssen wir die jetzt einfach nur ein Bett abbauen. Ja, ich hab ja noch zwei Rettungsplattformen. Dann mach ich dann nochmal solche Tricks hier. Oh, der Trick war schon ziemlich gut. Wo hast du den gelernt? Hallo? Diese... Diese Frage... Diese Frage, ich hab keine Gummutzen. Ja, ich auch nicht. Schieee. Kotti, mach was. Du hast die Quipband. Wo ist dann die? Warte, ich loote deine Kiste. Nein! Was hier? Nein, ich bin... Oh my gosh! Also hab ich doch... Ich hab mich überlebt. Warte. Da ist nichts drinne, da ist nichts drinne. Das ist ne Fake Trap. Die haben mich komplett outplayed. Ja, also ich... Bring mir einfach Cobwebs. Cobwebs, ok. Ich nimm einfach nichts mit außer Cobwebs. Das ist ne gute Taktik, du. Ja. Kommt immer auch gut bei den Gegnern. Ja. Das ist durchaus richtig. Die Spielweite ist nämlich nicht so ganz freundlich gegenüber. Ja, ich kann mich natürlich jetzt auch einfach porten hier. Also das wäre vielleicht nicht so ganz sinnvoll, oder? Ich hab ein Text Cobwebs nicht dabei. Ich weiß nicht, was du... Ob du jetzt haben willst oder nicht, aber... Gib her, mein Schätzchen. Also erstmal vorerst. Musst natürlich auch hier safe stehen. Das ist... Mag zwar safe unterwegs sein, aber... Das kann alles täuschen, ja? Und dann hier bitte schon. Dankeschön. Okay. Jetzt können wir natürlich auch vorrücken. Ja. Wir rücken vor. Das hast du super gemacht. Ich meine... Gleich wird kein Bestes gehen, aber das gleich zur Seite gestellt. Oh. Gotti. Jetzt gehst du aber ab wie ein Flugzeug. Warte. Ich hab... Ich hab einfach zwei Gold. Die lag ich einfach rum. Ja, ich hab sieben Gold. Dafür könnte ich mir eigentlich mal einen Stärketrank machen. Gotti, kannst du mal bitte die töten mit dem Stärketrank? Ja, ja. Alles easy. Der Mitteltrap steht ja schon. Du hast hier falsch gebaut. Die spawnen da oben. Ah, ficken aber. Nein, nein, nein. Er kriegt keinen Schaden. Er hackt. Unser Steve kommt natürlich auch. Und ich mach hier den Hashtag Mitteltrap. Und ich hab sie einfach gehappt. Damit ging die Runde auch auf unser Konto. Ja. War schon einfach easy, ne? Ja. Also ich würd sagen, ne? Schreibt uns geile Kommentare. Äh, ne. Challenges in die Kommentare. So war's. Schaut beim Paddy vorbei. Der Link ist ganz oben in der Beschreibung. Natürlich wie immer. Und wir freuen uns wie immer auf eure geilen Ideen. Und ja, hast du noch was zu sagen? Äh, bye mit B. Tschö, mitte. Z douch. Five They have a